Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mörder. Meine Damen und Herren, ich weiß, es gab gestern schon eine kleine Runde mit Manuel, aber wir haben uns gedacht, okay, no problemo, denn, äh, Leute, ich bin gerade, ich glaube, vor knapp anderthalb Stunden war ich noch in knapp 10.000 Meter Höhe und jetzt bin ich hier schon wieder am Schlüssel. Wir haben es tatsächlich gerade, 10.23 Uhr und da vorne ist unser neuer Freund, Tic Tacs, das ist, was machst du hinter mir? Ich verstecke mich vor den Zuschauern, die schlagen mich. Die schlagen dich? Warum? Oh Gott, Manuel, was habt ihr gemacht? So Leute, geht los. Ich war übrigens, äh, tatsächlich, das war jetzt nicht einfach nur ein Geschnacke, ich war ein paar Tage außerhalb von Deutschland, zusammen mit Manuel's Mutter und ich bin gerade eben vor ein paar Minuten nach Hause gekommen und da dachte ich mir eben, ach komm, hauen wir nochmal ein bisschen Mörder mit Manuel, das kann, das kann man immer, das geht immer, weißt du, den Manuel immer so ein bisschen so ein Schwert in den Kopf rammen, ist immer, äh... Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, ich hab nix, ich hab nix, Wendy, Wendy. Nein, 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 warte, 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 ich hab den Trank. Ja, kauf dir einen Trank, guck mal, du kannst mir vertrauen. Soll ich dir was zeigen? Oh, was ist es? Wir werden es machen. Ja, tschüss. Ja, was denn? Ne, 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 ich hab Speedtun, du kriegst mir nicht. Okay, du bist auf jeden Fall nicht der Mörder, weil es schon irgendeine... Nein, bist du nicht, warte, ich kann dir, ich kann dir doch helfen, wieso läufst du denn weg? Doch, ach, Mensch, das hab ich... Ein bisschen vermisst. Hallo, du bist Detective, ne? Ich hab dir meinen Bogen gezeigt, natürlich. Hab ich nicht gesehen. Hey, doch hier, guck. Oh, hier ist der Leiche. Tatsächlich? Hey, du, du musst tatsächlich... Oh, oh, oh Gott! Ja! Sauber! Alter! Du reißt ja heute... Ich überraschule ihn. Mängel, danke, dass du mich gerettet hast. Hey! Hör auf zu Flutschfingern! Okay. Ich hab dich angekackt. Okay. Okay, okay. Also, ich dachte immer, dass es Flutschfingern, wenn das bei dir irgendwas anderes ist. Doch, dann ist es... Kappen. Okay, hey, whatever floats your boat. Oh, oh Gott! Alter. Da war die rote Schrift. Du bist auch eine rote Schrift. Guck mal, hier ist eine... Hey, 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 hey! Darf ich dein Gollum sein? Schon wieder? Ja, bitte. Ja, meinst du, dann verrätst du mich. Ja eben, jedes Mal. Nein, nein. Diesmal werde ich dich nicht verraten, ich schwöre. Okay? Pass auf, jetzt stirbt einer. Achte. Bereit? Ja. Oh, oh, der... Oh, lol. Menil? Ne, 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 ne. Das wollte ich gerade sagen, weil einer in den Tester gegangen ist. Also, ne... Da! Flutschfinger, Flutschfinger! Da steht eine. Hallo? Äh... Haha. Oh, Mann! So. Das hat niemand gesehen. Hat auch niemand... Snapchat, einer hat Palle geschrieben. So, jetzt wird hier erstmal richtig schön Rache genommen. Rache! Nehmen wir's denn mit dem Bogen! Was? Nix. War bestimmt kein Prank. Mhm. Ja, jetzt hat er doch von meiner Leiche abgelassen. Nice. Tötet ihn doch! Hallo? Geben alle noch keinen Bogen? Jetzt muss ich aber mal scha... Oh, oh, oh Gott! Über... Oh Gott! Was macht der denn da? Hä? Wie konnte der nicht treffen? Oh Gott! Er schütt sich davor! Hä? Er hat sich mit Absicht davor gestellt, um den Fall zu blocken. Sehr gut. Was soll das denn? Ich muss hier ein bisschen ausharren. Weil die hier, die hier sind, die wissen eigentlich noch nicht, wer da hinten alles ermordet wurde. Das ist relativ praktisch. Und da darf halt nur niemand hinkommen. Ich muss jetzt hier so ein bisschen alles blocken. Kommt jetzt hier gleich jemand vorbei? Nee. Oh oh! Nein! Ach Mist, dieses blöde Ding! Okay, warte, aber ich werde hier einfach... Oh Gott! Alter Schwede, das war gerade ein bisschen knapp. So, jetzt komm her, du! Dich kriege ich. Nein, jetzt wird er da vorne längs fahren. Warte mal, der kommt doch da hinten. Irgendwo wieder raus. Hier vorne wahrscheinlich. Nee. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich teilweise immer noch nicht richtig herausbekommen habe. Ah, stimmt, hier vorne links. Ja? Wie die Map aufgebaut ist? Ja, ja, genau. Wo dann letztlich die Sachen sind. Hier war der eine mit dem Bogen. Der kommt dann hier rumgefahren. Bitte, was? Verdammt! Hä? Von wo? Oh, da ganz hinten. Was für ein Kill. Respect, muss man sagen. Alter! Hat er gut gemacht. Also von hier hinten... Wie weit war das denn weg, yo? Das war... Das war nicht schlecht. Das muss man dann anerkennen. Da war... Ich muss auch sagen, Leute. Zu meiner Verteidigung, bevor jetzt hier irgendjemand rummeckert. Ich habe die letzte Nacht nicht sonderlich viel geschlafen, sondern ich glaube, zwei oder drei Stunden. Das war echt so ein bisschen suboptimal, aber nur gut. So viel. Ja, ja, ich habe halt so ein bisschen versucht, im Flugzeug zu schlafen, aber das ist ja auch immer... Alter, hier ist eine Potato. Ja, eine Waffe. Eine Waffe? Ja. Eine Potato ist keine Waffe, Menil. Nee, nee, habe ich gerade in der Hand. Ach so, okay. Das ist natürlich... Weißt du, dass du mich manchmal wirklich enttäuscht, Menil? Äh, warum? Einfach nur menschlich. Hallo? Bist du schon wieder, Menil? Ist das dein Ernst? Bist du zweimal hintereinander mörder? Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich fand... Ja, ich war da einfach enttäuscht von dir, Menil, dass du mich so anlügen konntest. Ganz ehrlich. So, Peter, jetzt musst du hier mal einfach schön Tempo machen. Genau. Zack. Einfach beeilen. So. Oh, lol. Oh, lol. Da ist er platt. Wie ging es dir eigentlich so die letzten Tage? Wie haben wir auch mal so sporadisch kurz geschrieben? Ich kenne dich gar nicht mehr. Okay, hast mich... Okay. Ich habe dich vergessen. In der Zeit. Du hast mich vergessen? Ja. Das ist aber nicht nett. Alles? Alles, was zwischen uns war? Ja. Die ganzen Toiletten. Die ganzen. Und Edgar. Hallo? Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Genau so. Oh nein, nicht du schon wieder. Ist er das? Das ist er gar nicht, oder? Ich weiß es. Oh. Oh. Oh, der hängt doch... Doch, doch. Ich glaube, das war der, der das eben... Wo hängt der jetzt? Oh, das... Ich hasse das. Boah, war der nah. Lol. Gieß doch. Oh, Mist. Ey. Ui, ui, ui. Ey. Okay, der ist afk. Hä? Genau der. Hä, er steht da bei mir immer noch. Hä? Nee, den haben mich umgenutzt. Er liegt ja... Wow, was? Er liegt und steht. Wow. Oh Gott, der eine hat auf einmal einen Bogen gezogen. Eker. Jetzt sind da zwei. Alter Schwede. Boah, ich hasse das. Wenn sich die Leute wehren. Nee, wenn man so ein bisschen... Weil jetzt habe ich zwei Leute, die potenziell gefährlich werden können. Ja, von dreien vor allem. Ja. In zwei Minuten habe ich... Boah, ey, das wird... Erbeeil dich. Ja, ich probier's. Ich muss ihn ja nur einmal... Irgendwo um die Ecke treffen. Um ihn dann fertig zu machen. Oder ich hole mir selber einfach mal ein bisschen mehr Gold. Davon ist der andere. Ich bin mal kurz... Ich werde... Deine Mutter. Warte. Ja, okay, okay. Alles gut. Der ist immer in Bewegung. Nein! Oh Mann! Da hat er mich noch erwischt, ey. Ah, kann doch nicht wahr sein. Das war, glaube ich, wieder der eine Willi. Verdammt. Okay, jetzt ist Manuel weg. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Oh Mann, ey. Dann kann ich einfach mal ein bisschen talken. Ja, wie gesagt. Ich war ein paar Tage lang weg. Und bin jetzt halt eben wieder back into the stizzle. Und bin eigentlich wirklich komplett todesmüde. Aber ich dachte mir, okidoki. Bevor ich mich jetzt schlafen lege. Dann ist mein Schlafrhythmus erstens komplett zerstört. Und zweitens wird es dann wahrscheinlich heute nicht wirklich ein Video geben. Abgesehen von dem Fahrschul-Simulator. Weil, dachte ich mir, ok, schnappe ich mir den guten alten Menjul. Und dann machen wir mal was. Ein bisschen Mörder geht ja immer, meine Damen und Herren. Das ist ja wirklich locker easy. Ich glaube, Menjul ist... Ist er noch hier? Menjul? Hallo? Gott, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei ihm an der Tür geklingelt hat. Oder ob... Hä, ich sehe ihn. Oh, das! Oh nein, ich bin's. Scheiße. Hallo? Hi. Du bist Mör... Ja? Edgar? Ja? Hier ist ein Edgar. Hi. Heißt der auch so? Nee, er ist Ufer. Ich bin nicht so einfach, Mann. Er sagt, um G... Um G... Jaden, no? Hallo? Ach, dein... Dein Edgar-Kostüm ist übrigens bei mir angekommen, ne? Edgar-Kostüm? Ja, du hast doch gesagt, ich soll mich als Edgar verkleiden. Ist mein neuer Fetisch? Ja. Oder was? Okay, nice. Finde ich gut, Alter. Wenn ich bitte... Verkleide dich als Edgar. Nenn mich Edgar. Nenn mich Edgar. Bist du schon wieder? Nein, das wär's, ey. Da wird mich der eine Typ sowieso... Ich versuch mich an... Weißt du, nur zusammen sind wir stark, Menjel. Lebt deinen Traum... Auch genau, so wie gerade in den zwei Runden. Ja, guck mal. Und das ist Edgar? Ich glaube, das ist Edgar. Nein. Er sieht böse aus. Nein, das ist ein süßer Fraz. Hei. Der hat sogar Headphones. Aber ich kriege ja irgendwie kein Gold. Ich hab erst zwei. Ich hab vier. Und hier wird's gerade schon wieder fruchtig warm. Oh nein. Menjel. Ach, Mann. Ausgerechnet dann um die Ecke. Nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen. Nimm deinen... Ah, tot. So. Ist hier wieder los. So. Ja, haben wir auf jeden Fall grockt. Das war, war, äh, auf jeden Fall gut. Hier sind noch ein paar andere neue Dudes. Die, die sind sympathisch. So, komm, jetzt nochmal Mörder. Ja, dankeschön. Ja, geil. Nochmal schön locker flog. Du auch? Ja, ja, ich bin auch Mörder. Okay. Das ist, das ist locker flogig. Ich muss auch sagen, ich bin irgendwie losgeflogen. Da waren in Köln noch irgendwie 32 Grad. Jetzt sind es irgendwie 10 Grad weniger und, äh, irgendwie geht so ein bisschen, nicht unbedingt die Welt unter, aber es ist sehr, sehr regnerisch und bewölkt. Das ist immer ein bisschen... Huh? Das ist bei mir gerade zurückgebackt. Ja, Hack. Oh, okay. Flyhack, Alter. Bisschen, bisschen teleporten. Die doch keiner. Ja, ja, das ist ja kein Problem. Das schneide ich raus. Alles lustig. So wie ich bei dem, oh Gott. Ich war halt unterwegs und, ähm, dann, ich weiß nicht, wie es passieren konnte bei Rollercoaster-Tarcoon. Ach, da auch. Achso, stimmt, bei dem, ja, bei dem, äh, L.A. Vlog, ja. Genau, genau. Da haben auch ganz viele gefragt, Penizzle, hast du das absichtlich mit reingeschnitten? Nein, hab ich nicht. Leute, das war einfach... Warum auch, ja. Ja, wo ich, also nur kurze Info, das war dieses, Daniel, du wurdest schon niedergestreckt. Wo er sich wiederholt und dann sogar noch mal runterzählt. Ja, ja. Das Runterzählen hab ich auch nie verstanden. Bei, bei, bei dir nicht, bei Simon nicht. Das macht ihr alle und das macht einfach keinen Sinn. Das ist ne Marotte. Das hat man halt irgendwann sich angewöhnt und dann zählt man halt runter. Aber wofür, Alter? Ihr habt doch nie zu den Zeiten aufgenommen, wo das noch nötig war. Drei, zwei, eins. Aber nee, das war halt einfach, Penizzle war... War einfach verplant und ist... Verplant? Ist da irgendjemand? Nein. Oh Gott sei Dank. Huh? Okay, von denen hier ist es auf jeden Fall niemand. Es muss einer, der da hinten irgendwo unterwegs ist. Aber ich brauch halt nicht mehr viel Gold. Ich muss das Risiko eingehen. Und da vorne... Bitte keiner, der von vorne kommt. Hallo? Ein Gold noch? Komm schon. Gib mir das eine Gold. Bitte. Ich brauch das. Ich brauch das für mein Ego. Oh Gott, hier sind überall Leichen. Soll ich mal gleich Risiko gehen, wenn mir einer entgegenkommt? Ja. Und dann? Ja, den einfach abballern. Nein. Ach so. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott. Der eine? Oh Gott. Nee. Der hätte mich töten können. Ja. Vielleicht. Okay, hier ist schon wieder einer tot. Der muss es sein. Der muss es sein, nur weil er an der Leiche steht. Ja, der hat ihm den Flutschfinger gegeben, Mann. Gut, dass du kein Polizist bist. Du stehst in der Leiche. Junge, das ist meine Mutter. Egal. Okay. Dieses Mal 13%. Das ist... Und Detective 22, das könnte irgendwie was werden. Irgendwie. Ich bin auch nur 35. Ach, nur 35. Das ist ja wirklich marginal. Also... Aber dann werde ich wahrscheinlich jetzt. Nö. Oh. Okay. Wo bist du? Hi. Da, wo du nicht bist. Oh. Okay. Das kann... Das kann aber noch niemand gewesen sein. Hä? Spider-Man! Ich glaube, Spider-Man hat Suizid begangen. Oh Gott. Ich bin lahm. Der hat so einen 360 gemacht und ist dann einfach in den Tod gefallen. Ach, Spiedermann, Alter. Da kommt doch jetzt auch ein neuer Spiedermann-Film, oder nicht? Ja? Wo er mit Iron Man zusammen kämpft. Ja, irgendwie sowas. Ich habe so einen Trailer gesehen. Oh, krass. Ach, okay. Okay. Wen hier? Nein. Hallo? Nein, 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 nein. Sei mal Dina. Nein, nein, nein. Ich will gar nicht. Okay. Ja, okay, dann töd ich dich jetzt. Ja, nein, nein. Mach doch Peace. Dann Dina. Okay, ja. Da, halt den fest. Halt den fest. Ja, ja, mach ich. Ich halte den einen fest. Danke. Der eine ist stehen geblieben. Okay, sehr gut. Du kannst stehen. Ich töd dich wirklich nicht. Ja, 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 ja. Warte, da ist ein anderer noch hinter dir. Okay. Zeig mir mehr. Zeig mir mehr. Unter dir ist auch eine andere. Ach so, ja. Okay. Da, da. Sehr gut. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Dad. Danke. Der ist tot. Sauber. B, du sammelst da gerade einen Bogen, ne? Nein, ich sag mir, wie soll ich denn einen Bogen sammeln? Also ich mein, ich weiß ja nicht mehr, wer der Detective ist. Wo ich einen Bogen aufsammeln könnte. Genau, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Ich bin hier praktisch. Ich suche nur weitere Opfer für dich, Manuel. Ah ja, okay. Na gut. Glaube ich dir. Okay, danke. Ist der dumm. Denkt, dass ich hier kein Gold sammeln würde. Machst du doch nicht, oder? Nein, nein. Bitte komm mir nicht plötzlich um die Ecke entgegen, okay? Nee, ich töd dich auch nicht. Du bist mein letztes Opfer. Was? Dann lass mir wenigstens genügend. Mann, hier ist auch überall. Alter, hab ich ein Pech. Drei hab ich noch. Ich hab jetzt zehn Tränke geholt und bekomme immer nur Slowness. Das hört sich gut an. Ich brauche, ich finde vor allen Dingen, wer sammelt denn das Ganze? Da hat jemand. Hi. Oh, Blei. Ach, Blei. Alter. Okay, sehr gut. Ich bin blind. Ja, das finde ich eigentlich ganz klasse. Wieso? Ist er auch unsichtbar oder so? Ja. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist echt mega. Boah! Du hast gesagt, du tästst mich als letztes. Ja, du wolltest nicht mein Diener sein. Ich war doch dein Diener. Nein. Doch! Du hast einfach nur die ganze Zeit Gold gesammelt. Non-Stop. Das war eine einzige Verarsche. Hier lag einfach... Oh, nein. Ja, guck mal. Solche will ich auch mal als Gegner haben. Hattest du gerade die ganze Zeit. Quatsch! Billi123. Billi123. Hä? Hallo? Oh, nein. Oh, Gott. Äh, 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 äh. Unglaublich. Leute, lasst den Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ciao bei German Let's Play vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Peace.